Guten Tag! Herzlich willkommen zur Übungsstunde. Jetzt wird Deutsch gesprochen. Luis und Aisha machen eine Fahrradtour. Wo fahren sie entlang? Entspanne dich und höre zu. Luis, heute machen wir eine Fahrradtour. Ja, wir machen eine Fahrradtour durch München. Wo fahren wir entlang? Wir starten an Marienplatz. Wir biegen rechts ab. Ja, die Straße heißt Viktualienmarkt. Die Heilige Geistkirche ist auf der linken Seite. Wir biegen rechts in der Prälazistelstraße ab. Dann sind wir am St. Jakobsplatz. Ja, dort gibt es die Synagoge und das Stadtmuseum. Dort machen wir eine Pause, okay? Wir besuchen das Stadtmuseum. Ja, dann fahren wir rechts in den Oberanger. Wir biegen rechts ins Rosenthal ab. Ja, wir sind dann am Viktualienmarkt. Sollen wir wieder eine Pause machen? Ja, warum nicht? Wir besuchen den Viktualienmarkt. Ja, wir fahren zurück zum Tal. Okay, wir überqueren die Straße. Wir fahren die Sparkassenstraße entlang. Ja, bis zur Fisterstraße. Dort biegen wir links ab. Die Ärztestraße rechts heißt Hofgraben. Gut, wir fahren bis zur Maximilianstraße. Wir biegen wieder links ab. Dann sind wir am Max-Josef-Platz. Super, dort ist das Nationaltheater und die Residenz. Machen wir wieder eine Pause? Ja, danach biegen wir rechts ab. Wir fahren die Residenzstraße entlang. Ah, der Odeons-Platz. Dort waren wir schon. Ja, wir fahren weiter bis zum Hofgarten. Sollen wir dort essen? Ja, wir sind hungrig. Gut, auf geht's, Aisha. Das war ein Dialog. Du möchtest noch mehr üben? Weitere Podcasts und Videos findest du auf www.barbelia.us www.barbelia.us Bis zum nächsten Mal. Tschüss.